Was ist das, was sie zu uns gesagt haben, kurz bevor wir sie getötet haben? Das ist eine Treppe. Ich dachte, da baut sich was auf. Ein Relikte aufteilen. Das ist, glaube ich, auch nur ein Opfer, oder? Die Königin, Cruz. Stand da jetzt auch der Name? Nein, da würde ja sehr viel Macht verloren gehen. Aber das bedeutet nicht... Vertraut Silver überhaupt nicht. Deine Kompatibilität bedeutet, dass du in der Krippe immer noch bleiben müsstest. Sind Sie sicher, dass du das bereitst, zu tun? Ich habe kein Interesse, in einem falschen Leben leben. Was auch der Torwart, kann ich es behaupten. Wenn es bedeutet, sie zu helfen, dann muss ich es. Ich bin vorbereitet, und werde ich immer auf der bereitste Zeit bleiben. Als es noch Menschen gibt, die ich sterben würde, um zu retten. Also bitte, schau mal, Karin. Ich werde jetzt an deiner Seite sein, für heute und immer. Ich werde ehrlich sein, habe ich nie erwartet, dich wieder so zu sehen. Es hat lange Zeit, Louis. Aurora? Aurora, ist das dich? Was machst du hier? Die Antwort war in dieser Erinnerung. Fragments der Königin wurden in den Schwestern, die Menschen. Und ich bin einer von ihnen. Die Königin? Aber sie wurde seit Jahren geöffnet. Offiziell, ja. Aber es gibt mehr dazu, wie Sie wahrscheinlich wissen. Die Revenen sind kreaten, die in einem Zeitraum zu sterben und zurückkehren. Aber wenn Sie ein Herz der Revenen zerstören, dann wird der Körper geschehen, und sie können nie wieder zurückkehren. Die Königin sollte nicht sein, die Königin war. Die Königin war die Königin war. Die Königin war die Königin, die Königin war. Die Königin war die Königin. Sie haben das Ende des Ergebnis gesehen. Sie sind verabschiedet zu leben als Beasts, verabschieden von allen Reisen, nur für ihre Instinkte einzigartigte. Was? Das müssen wir alle delektiven finden. Und die Blutbead fliegt. Also, das ist wirklich die Grund? Ja, außerhalb der Garten. Da ist derjenige, der schlägt die Teile von Blut. Geh sie, Louis. Sie? Was bedeutet das? Wir haben sie vernichtet, ne? Aber sie war ja... Wenn ich die Relikte in mir aufnehme. Weil ich bin ein harter Dude. Was heißt, kümmere dich gut? Und Karen, ist sie auch ein Relikt? Erinnerungen herstellen. Oh, das ist... Jetzt frage ich mich, ob Karen seine Schwester halt auch ein Relikt ist. Meint sie, ist gestorben voraussichtlich? Ist sie gestorben? Hat er das irgendwann mal erwähnt? Oder meinte sie, kümmere dich gut um sie? Meinte er damit, Cruz. Weiß Louis, dass Cruz die Königin ist? Oder war? Weiß er das überhaupt? Wir haben viele offene Fragen. Wir haben viele offene Fragen. Aber... Aber freundlich jetzt? Wir haben viele offene Fragen. So, dann... Es scheint, dass das Glück hat mich gewonnen. Wir haben mich wieder einmal gewonnen. Sie sind wirklich gut? Ja. Ich bin gut, eigentlich. Der Relikt schlägt sicherlich. Und du? Ich glaube, du bist derjenige, jemanden, der mir zurückgebracht hat? Ich bin sorry. Ich bin sorry. Ich frage, du bist eine weitere Mal. Ich bin schon mal. Ich bin noch ein paar Mal. Ich bin schon mal vor dem Garten. Entschuldigung. Ich muss auf einen Moment schlafen, ich schlafen. Oh, it's been so long since I've felt this drowsy. Oh, Isis-Blut-Ding gefunden! Schön! Blutkot aus Aurora. Auf den Fernkampf und das Überwältigen von Gegnern mit I-Corps-Angriffen spezialisiert. Schön. Oh, guck mal, da schläft das Hündchen. Oh, süß. Ich will mal ganz kurz gucken. Isis-Isis? Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis-Isis? Natürlich das Letzte. Okay. Alter, Gesamtgewicht. Was können wir denn für eine Waffe tragen? 249. Alter! Was können wir denn bitte schon für eine Waffe tragen, wenn wir das bei ihr haben hier? Die kann ein Waffengewicht von 249 tragen. Ja, vielleicht ist das ja auch ein Blutcode für uns. Mal schauen. Ich wollte ja eigentlich immer eher so ein bisschen auf Fernangriff gehen, wobei ich da schon echt schon wieder runter bin scheinbar. Sieht echt ein bisschen verdreht aus. Aber was sehe ich jetzt hinter der Tür? Das müssen wir doch herausfinden. Treppen. Fuck. Treppen. Ich hasse Treppen. Wo ist ein Fahrstuhl? Vorgewet. Wer ist her? Hercules? Wer bist du? Kevin? Cruz? Ich hab keine Ahnung mehr. Irgendjemand, den wir eventuell kennen könnten, ja. Ich hab keine Ahnung mehr. So, es ist wahr. Es warst du, all along. Karen. Wieder eine Träne. Es hat niemals zu Ende. Die König war noch immer, und wir waren... Wir waren immer noch immer, immer noch immer, wegen der Blut, die aus diesem Ort fliehte. Meine Freundin wurde eine Schicksale. Sie hat sich selbst verletzt, um die König zu stoppen, und ihre Tränen haben wir immer noch immer. Sie sind alive! Louis... Lass ihn nur einen Moment geben. Sie sind nicht so, dass ich mich nicht verletzt habe. Sie sind nicht so, dass ich mich nicht verletzt habe. Also, was ist unser nächster Schritt? Nachdenken die Successors. Werden wir einfach... verlassen deine Freundin? Es gibt keine Szenen von Frenzieren. Jetzt wissen wir, dass die Lacken Blut ist nur eine Teil der Angelegenheit, die von der Queen begonnen hat. Ich möchte einen Weg finden, um dieses Disaster zu enden. Mal und für alle. Es ist eine Aufgabe, die ich bis zum Ende zu sehen. Ah, das wäre nicht wir? Yakumo... Wenn ein Freund ist, wenn sie sich um den Weg machen, wenn sie sich um den Weg versuchen, dann habe ich ihre Brücke. Das ist einfach so. Hey, ich sagte, dass ich glücklich mache, was du mir brauchst, nicht wahr? Leute? Hören Sie. Diese Kraft von dir? Das ist die einzige Hoffnung, die wir jetzt haben. Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh. Also... Ich bin froh. Ich werde dich zurückziehen. Der Wiedergänger zu stillen. Habe ich richtig verstanden, oder? Da liegt übrigens ein ETM, das nehme ich mir mal ganz kurz mit. Dankeschön, tschüss. So, wir müssen eigentlich auch die Aufnahmepause machen. Das ist es halt, wir müssen den Wahn beenden. Habe, ich bin auf meinem Weg. Und dann machen wir gleich erstmal die Aufnahmepause, damit ich meine Mama anrufen kann. Oh, ich muss sie jetzt erstmal unbedingt spielen. Verdammt. Es hört nicht auf. Die Folge geht ewig. Der Wunderschöner. Ist das... Ist das... Ist das... Ist das Jack? Aus unserer Erinnerung? Ist doch Jack, oder? Oder? Er ruft meine Mama schon wieder an. Just as I suspected, they have the power to calm the relics. It's just like Eva's. No, it's even stronger than hers. You know, you could join with us, Carrier of the Blood. That power of yours. It would be a shame to waste such a resource. Careful. He's stronger than he looks. We'll do our best to shield you. Just remember to protect your heart. Hm, very well. In that case. Ich kann jetzt nicht kämpfen. There's a heap of things I want to know. And you will tell me. I'll make you tell me. ... And you will tell me. Das ist es auch. Aber erinnere mich, ich komme zurück für dich. Gib mir meine Offenheit ein bisschen. Muss ja, ne? Scheinbar. Oh, okay. Wir können jetzt tatsächlich die Aufnahmepause mal machen. 93 Prozent. Ich bin sehr stolz auf mich. Wir gehen erstmal wieder zurück zu unserer Basis. Ich bin aber noch sehr verwirrt. Aber das legt sich bestimmt gleich wieder. Nein, glaube ich nicht. Meine Verwirrung ist ewig. Ich meine, jetzt müssen wir uns sowieso erstmal wieder sammeln. Aber dann müssen wir Auskunft schaffen, wo wir überhaupt als nächstes hin müssen. Woher wir jetzt schon drauf sind? Laufen wir wieder planlos durch irgendwas und suchen eine Statue oder so. Hm. Ich weiß nie, was du für neue Waffen hast, ehrlich gesagt. Ich kaufe etwas? Irgendwie hast du immer die gleichen Waffen. Weiß ich nicht. Ich bin da verwirrt. Also das ist ja sogar unsere Waffe, die wir haben. Die Nacki-Nacki-Wacki-Wacki. Sie kriegt auf jeden Fall neue Blutschleier. Tausende von denen. Ja. Apropos Make Sure. Ich möchte nochmal ganz kurz gucken. Wir hatten ja mal eine Plus-Vier-Axt oder so, ne? Wart-Axt-Talent. Flock-Paralyse. Wart-Axt-Talent. Wir hätten doch mal dieses Nakai-No-Schwert gehabt, oder? Da. Und es war physisch sehr stark. Aber macht es leider langsamer, weil das Gewicht nicht mehr ganz hinhaut. Gift fehlt natürlich und Eis fehlt natürlich und Eis fehlt und so. Ein japanisches Großschwert nachempfundene Klinge. Geschaffen für einen Wiedergänger namens Ukuru. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir jetzt auf sowas gehen? Ich weiß noch nicht ganz, was ich für eine Waffe will. Ich weiß nicht, ob ich auf die Säche bleiben will. Ich weiß es noch nicht. Okay, wir wollten jetzt aber echt erstmal die Aufnahmepause machen. Also machen... Aufnahmepause machen. Also machen wir erstmal die Aufnahmepause. Ich weiß, ich muss noch die eine Karte holen. Oh, ist das Menschenmädchen da? Hallo, Menschenmädchen. Ähm, ich weiß, ich muss noch die eine Karte holen. Für die nächsten Tiefen, die ja von da denn sind, wo wir dann das Königstahl finden. Aber Königstahl brauchen wir ehrlich gesagt nicht mehr. Aber man könnte trotzdem mal durchgehen, allein schon wegen seinen Überresten. Wir müssen nochmal ein paar Vergangenheitsüberreste mit IO uns angucken. Und ja, ansonsten müssen wir sowieso als nächstes noch ein bisschen Talente und uns mal wieder ausrüsten, sammeln. Und mal wieder gucken, wo wir überhaupt als nächstes hin müssen, wie gesagt. Jetzt verabschiede ich mich aber erstmal. Äh, werde erstmal mit meiner Mom telefonieren. Und äh, ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn wir dann... Weitergehen. Eigentlich einfach nur, wenn wir dann weitergehen und mehr erfahren. Ich bin echt gespannt drauf. Die Story ist mega geil. Also, sorry, aber ich feiere das Spiel echt hart. Vor allem, weil die Gegner auch nicht so übelst brutal stark sind. Das finde ich schon so angenehm, weil, seien wir mal ehrlich, der... Die Aurora war... Dieses Hundemonster-Ding war echt einfach zu besiegen. Einfach hinter sie stellen, draufhauen. Easy going. Haha, gut. Egal. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen und ciao. Tschüss.